Wombikes sind innovative Lauf- und Fahrräder für Kinder im Alter von 1,5 bis 14 Jahren. Dank der superleichten Rahmenkonstruktion benötigen die Kinder weniger Kraft und haben eine bessere Kontrolle über das Rad. So tun sie sich bei allem leichter und sind sicherer unterwegs. Das Besondere an Wombikes ist, dass sie nicht bloß kleingeschrumpfte Erwachsenenräder sind, sondern bis ins Detail durchdacht und speziell für Kinder entwickelt sind. Sie entsprechen daher genau den Bedürfnissen der Kinder im jeweiligen Alter und machen das Radfahren einfacher, intuitiver und schöner. Das ergonomisch optimierte Design ermöglicht es den Kindern immer die richtige Körperhaltung einzunehmen und sich ganz natürlich zu bewegen. So fühlen sie sich auf dem Rad so richtig wohl. Woom! Pedal your planet!